Nummer 5. Dieses Gaswarngerät hat die Zertifizierungen ONG 502911 zu 2010 und ONG 50291-2 zu 2010 erreicht. Das Unternehmen, das sie herstellt, verfügt über 50 Jahre Erfahrung und hat weltweit über 20 Millionen Alarme vermarktet. Es hat eine eingebaute Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von sieben Jahren und ist einfach zu installieren, sowohl an der Wand als auch an der Decke. Sie können ihn kalibrieren, indem sie eine niedrigere Alarmschwelle einstellen und seine Lautstärke anpassen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Dies ist ein hochmoderner Rauch- und Gasmelder. Es kann leicht an der Wand oder Decke angebracht werden. Es ist batteriebetrieben und nicht für den Anschluss an das elektrische System vorgesehen. Zusätzlich zu den üblichen akustischen und visuellen Warnhinweisen kommuniziert es mit dem Smartphone und signalisiert alle Anomalien oder Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte. Es ist mit einem akustischen Alarm von 85 Dezibel ausgestattet. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Es handelt sich um einen Kohlenmonoxydetektor, aber auch um einen Rauchmelder, dank der doppelten Sensoren, photoelektrisch und elektrochemisch, unabhängig voneinander. Da es sich um einen festen Detektor handelt, muss er mit Schrauben und Dübeln installiert werden, die im Lieferumfang enthalten sind. Im Falle eines Alarms ertönt ein 85 Dezibel Ton sowie eine leuchtende Warnung auf dem Bildschirm. Es ist jedoch jederzeit möglich, den Prozentsatz des Gases in der Luft in Echtzeit zu überprüfen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Es handelt sich um einen Detektor, der in der Lage ist, die Überwindung von schädlichen Gasen zu erkennen, die in den gängigsten Wohnungen und Büros vorhanden sind. Über den Monitor ist es möglich, den prozentualen Anteil des Gases in der Luft bis zu einem Maximum von 20 Prozent anzuzeigen. Um zu funktionieren, muss es an den Strom angeschlossen sein und verfügt über einen Akku, der den Betrieb auch ohne Energie für einige Stunden garantiert. Es verfügt über einen akustischen Alarm von 85 Dezibel, der innerhalb von 30 Sekunden warnt, wenn der Grenzwert um 5 Prozent überschritten wird. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Dieses Gasmessgerät ist praktisch und zuverlässig. Auf dem Display, das über eine Energiesparfunktion verfügt, können Sie den Kohlenmonoxidgehalt in der Luft überprüfen. Die Anzeigelampen zeigen den korrekten Betrieb und den Batteriestand an. Es ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie ausgestattet, die bis zu sechs Monate hält, aber Sie können es trotzdem über ein USB-Kabel an die Stromversorgung anschließen, sodass Sie sich keine Sorgen um das Aufladen machen müssen. Es kann an der Wand oder an der Decke angebracht werden. Als Alarm hat es einen 84 Dezibel-Summer. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt.